Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video. Dem Wort ist heute das Fanset zum deutschen Vertreter RB Leipzig für die Saison 2023-2024 von Tops anschauen wollen. In dieser Fanset-Reihe zur aktuellen Saison hat Tops inzwischen elf verschiedene Fansets veröffentlicht, welche das alles sind und mehr Details zu den jeweiligen Fansets, inklusive der Übersicht über die jeweiligen Parallels, nebst den kompletten Checklisten, findet ihr wie gewohnt auf der Collectors Webseite. Enthalten sind in diesen Fansets insgesamt 28 Karten. Zwei davon sind stets Parallel-Karten, eine nicht-nummerierte Elektro-Parallel und im Falle von RB Leipzig eine zu 299 oder niedriger nummerierte Parallel. Mit viel Glück kann man auch eine Orthograph-Card aus diesen Boxen ziehen, da sollte man es aber nicht unbedingt drauf anlegen, denn die sind bei der hohen Auflage dieser Boxen dann doch etwas schwieriger zu treffen. So, bevor wir in das Ganze reingehen, kurzer Blick auf die Box selbst. Hier seht ihr es nochmal, 28 Karten, 26 plus zwei Parallels. Das komplette Set kriegt man mit einer solchen Box übrigens nicht zusammen, da braucht es mehr als eine Box, denn in dieser Saison auch die Base-Sets nicht mehr komplett in einer solchen Box enthalten. Preis für das Ganze, ihr seht hier oben, 19,99 Euro und erwerben könnt ihr die Boxen direkt bei Topps auf der Webseite oder bei auf Sports Trading Cards spezialisierten Händlern. So, dann ziehen wir das hier oben mal auf, schütten unser vorgepacktes Päckchen raus und dann gucken wir mal, was Topps uns für eine Mischung in dieses Päck reingepackt hat. Und wir finden als erstes die Base-Karte von Emil Forsberg, den man ja fast schon als Leipziger Legende bezeichnen kann. Hier aber noch als normale Base-Karte, kurzer Blick auf die Rückseite, da gibt es eben einen kleinen Text zum Gewerningspieler, der in diesem Fall dann auch auf Deutsch ist, da es sich ja um einen deutschen Verein handelt, das bei den Fansets in diesem Jahr dann immer auf das jeweilige Herkunftsland des Vereins individualisiert. Dann haben wir unsere erste Hero-Insert-Karte mit Amadou Haidara in diesem Comic-Stil. Auch hier der Vollständigkeit haben wir einen kurzer Blick auf die Rückseite, so sehen die Hero-Karten von hinten aus. Dann geht es weiter mit der Base-Karte von Jannis Blaswig. Erneut Emil Forsberg, diesmal im Hero-Karten-Stil. Dann haben wir David Raum. Unser erstes Super-Electric-Insert mit Fabio Cavallo. Auf diesem mit Blitzen versehenen Hintergrund und auch hier der Blick auf die Rückseite dieser Karten. Dann haben wir Timo Werner. Nächste Hero-Karte mit Benjamin Henrichs. Dann kommt Lukema als Base-Karte. Timo Werner als Hero-Insert. Dann eine der Golden Future-Insert-Karten mit Mohamed Simakhan auf diesem Gold-leuchtenden Hintergrundmuster. Und auch hier schauen wir uns der Vollständigkeit halber das Ganze mal schnell von der Rückseite an. Bevor es dann mit der Base-Karte von Jarvis Simmons weitergeht. Dann haben wir Benjamin Sesko als Super-Electric-Insert. Jusuf Paulsen. David Raum als Hero-Karte. Nikolas Seywald. Judy Orban als Hero-Karte. Dann Daniel Mo. Luis Openda als Super-Electric-Insert. Benjamin Sesko. Bijabu als normale Base-Karte. Peter Gulashi als Hero-Insert. Dann haben wir Christoph Baumgartner. Sauber Schlager ebenfalls im Hero-Format. Fabio Cavallo als Base-Karte. Und dann haben wir als nicht-nummernierte Electro-Parallel eine Super-Electric-Insert von Benjamin Sesko. Ihr seht hier am Rand, kann man das ein bisschen erkennen, dass das die Parallel-Variante ist. Leuchtet richtig schön auf, wenn man es im Licht bewegt. Und unsere nummerierte Parallel ist ebenfalls eine Super-Electric-Insert. Die kommt von Fabio Cavallo und ist nummeriert zu 299. Und hat diesen lila Farbton, wie ihr sehen könnt. Und das war es noch nicht. Da ist noch eine dritte Karte drunter. Und das bedeutet... Wir haben noch eine weitere Parallel im Päckchen. Und die ist zu 50 nummeriert. Eine schwarze Parallel. Und auch das ist wieder eine Super-Electric-Insert. Und wir haben erneut Benjamin Sesko. Diesmal nummeriert zu 50. So und da hat Topps uns tatsächlich eine Parallel-Karte mehr in die Box gepackt als angekündigt. Denn normalerweise soll ja nur eine nummerierte Parallel drin sein. Allerdings sind wohl, und das habe ich auch schon bei den Boxen zu den anderen Vereinen gesehen, durchaus mehrere Boxen unterwegs, in denen man mal auf zwei nummerierte Parallel-Karten stößt. Kann man nur hoffen, dass Topps sie als zusätzlichen Bonus reingepackt hat. Und nicht, dass sie dann bei anderen Boxen fehlen. Von der Nummerierung haben wir die beiden höher nummerierten Varianten getroffen. Bei den Leipzig-Boxen gibt es insgesamt nur vier Stück. Die One-of-One, die es noch einmal gibt, dann zu fünf nummerierte Karten. Die nächste Stufe ist dann schon die zu fünfzig. Und dann gibt es, wie wir gesehen haben, neben diesen unnummerierten Elektro-Parallels noch die Purple zu 299. Ja, das ist unser Ergebnis aus der Fansetbox zu Rasenball-Sport-Lapzig, wie das ganze Konstrukt ja offiziell heißt. Bei den Parallels denke ich eine ganz gute Ausbeute von den Spielern, die wir getroffen haben. Wie ihr das seht, dürft ihr natürlich gerne unten ins Kommentarfeld schreiben. Ich freue mich da durchaus über eure Einschätzung. Und ansonsten sind das auf jeden Fall schöne Karts für alle, die mal in den Sports-Karts-Bereich reinschnuppern wollen, ohne direkt einen dreistelligen Betrag für eine Hobby-Box auszugeben. Denn mit den knapp 20 Euro, die so eine Box kostet, kann man glaube ich nicht ganz so viel falsch machen. Reich wird man mit diesen Karts natürlich nicht, der Illusion sollte sich keiner hingeben. Wenn man eine der selten One-of-One-Karts oder eine Autograph-Kart trifft, kann man die sicherlich für ein paar Euro an den Mann oder die Frau bringen. Aber um eine solche zu treffen, braucht es natürlich schon einiges an Glück. Alle anderen etwas höher nummerierten Karten bewegen sich in der Relation zu dem, was diese Box kostet, dann doch meist eher im einstelligen Euro-Bereich. Ja, das soll es von meiner Seite zur Fan-Set-Box zu RB Leipzig für die Saison 2023-2024 gewesen sein. Zum Abschluss würde ich mich natürlich noch über ein Däumchen nach oben von euch für dieses Video freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu einem der nächsten auf diesem Kanal wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!